Hallo und herzlich willkommen zurück zur sechsten Stunde mit mir, Kim Mayer. Heute zu Gast ein ganz besonderer Mensch. Er ist Schauspieler, Edin Hasadovic. Das ist. Edin, hallo, ich freu mich. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja natürlich, natürlich. Refugees welcome. Nee, danke, dass ich hier in der Show sein darf, meine ich natürlich. Ah, ja, genau. Hier. Doof, doof, doof. Du, das ist ja echt. Also, Edin, goldene Kamera. Ja. Toll, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das ist ein bisschen was her, danke. Ja. Weißt du, ich wollte auch immer Schauspielerin werden, aber ging nicht. Zu viele Filmrisse. Entschuldigung. Das war gut. Okay. Gut, fangen wir weiter. Also, goldene Kamera. Erzähl mir mal was. Ja, goldene Kamera. War aber schon im Februar. Also, bisschen was her. Am Preis habe ich ein Auto gewonnen. Und den Preis war voll toll, weil ich nicht wusste, dass ich den gewinne. Ich war, ich saß da. Und war einfach überrascht. Ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Kann man ja bei YouTube sehen. Ist dir schon mal ein Scheinwerfer auf den Kopf gefallen? Willst du nicht drüber reden, oder? Also, mir ist mal ein Scheinwerfer auf den Kopf gefallen. Ich glaube, das war Absicht. Miko, können wir das mal kurz zeigen? Ich muss dir das mal kurz zeigen. Oder, Max? Können wir das ganz kurz, bitte, 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 ganz kurz zeigen? Haben wir das da? Haben wir den Film da? Wir haben das Band hier. Wir spielen zwar ab. Okay, zeig mal. Ich glaube, das war was anderes. Ach so, ja, weiter. Hast du eine Freundin? Also, das steht hier auf den Karten. Ich lese nur die Karten ab. Hast du eine Freundin? Edin? Ja, ich rede lieber über meine Projekte und mein berufliches Leben. Entschuldigung. Warum ich dich frage, ist weil, ähm, ich habe keinen Freund momentan. Single. Not married. Nee, da möchte ich... Weißt du warum? Ich war aber... Ich finde, eine ganz lange Zeit hatte ich einen Freund. Ja, der hat halt einfach mit mir Schluss gemacht. Via WhatsApp-Nachricht. Sollen wir den ganz kurz anrufen, dann machen wir weiter? Machen gar... Ich rufe den ganz kurz an. Ich habe mein Handy irgendwo hier versteckt. Wir rufen den ganz kurz an. Ich will den... Ich will den... Den müsste vielleicht da... Guck mal da drin. Nee. Ah! Ich weiß nicht, ob der arbeitet, aber ich rufe den jetzt mal an. Ich will nur mal kurz wissen. Ja. Du arbeitest. Geh mal ran. Gehst du mal an dein Telefon? Hallo? Wir sehen alle, dass du da bist. Okay, das ist extrem peinlich für dich, nicht für mich. Hast du gesehen? Hast du auch Fragen? Irgendwie wegen Job oder so? Wegen was ich gedreht habe oder irgendwas? Oder wie ich zu der Schauspielerei gekommen bin? Oder wie ich mich drauf vorbereitet habe auf irgendwelche Rollen oder irgendwas? Achso. Das waren ganz gute Fragen. Willst du die vielleicht beantworten? Danke. Oh!